Wie geht es jetzt für Sie weiter hier im Basketball? Also für das Basketball habe ich selbst noch keine richtige Entscheidung getroffen, ob ich noch weiter spiele oder aufhöre. Es kommt auch noch davon an, wie es im Sommer jetzt beim Knie geht, wenn ich jetzt mal Pause habe. Weil ich habe ja letztes Jahr drei Knie-OPs gehabt und es ist nicht so spurlos, haben wir vorbeigegangen. Aber wenn ich weiter spiele, dann wird es in Breitiusfach sein. Da werde ich auch wohnen und bis Regio. Wie werden Sie jetzt auf die Zeit bei den Giants zurückblicken? Ja, die Zeit wird immer in meinem Herzen bleiben. Das waren sechs wunderschöne Jahre. Ich gehe mit einem lachenden und einem Meinen in den Auge. Weil ich war lachender, ich gehe wieder zurück in meine Heimat, zur Familie. Und es war echt wunderschön hier. Was denken Sie über die Zeit mit den Giants? Es ist ein tolles Zeitpunkt. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben nächste Woche ein Spiel. Wir müssen den Job beendet werden. Wir haben die Zeit, die Zeit gut zu machen. Wir hatten aber nicht die Zeit, die Zeit zu machen. Wir wollten nicht die Zeit, die Zeit zu machen. Wir wollten nicht in der Pro-B. Wir hatten viele Anfragen und wir hatten einige Leute zu machen. Wir hatten viele Leute zu machen und die Veränderungen zu machen. Aber ich denke, viele Leute, besonders die Leute zu machen, die Leute zu machen, die sie zu machen, um sich in der Liga zu halten. Unfortunately it didn't work out, but I think we can be proud of our efforts, trying to represent this community and I have a lot of, personally a lot of fond memories, good memories, so that's my total synopsis, my evaluation of the year. Okay, thank you and good luck. Thank you. We trommel, we shout, we celebrate for many years and it will be held. Of course. Okay, thank you. Dafür sind wir Fans.